und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten und zu meinem neuesten video wo ich schon seit langem also besser gesagt um mein deutsch zu einem neuesten video weil ich halt so lange kein video mehr gemacht habe genau heute machen ich und der heute machen ich und der marcelis ein obergeiles rennen einfach so aus spaß leider kann man ihn wahrscheinlich nicht hören aber ich wünsche euch sehr viel spaß wie üblich ob ich versagen jetzt begehrt und ja zu meinem eigentlichen thema was ich vorhin ansprechen weiter ist warum ich jetzt so extrem lange okay so lange aber einfach für eine gewisse zeit keine videos mehr kam das war halt auch darum weil ich einfach gar keine zeit und auch gar keine ja einfach keine zeit motivation kann man eigentlich nicht kann man eigentlich schon sagen weil ich einfach keine zeit hatte weil ich hätte auch trotzdem video machen können und dann einfach nicht das andere machen können aber das wäre richtig dumm und scheiße gewesen aus diesem grund ich hatte einfach keine zeit weil ich halte wieder einmal ein bisschen so wie ich sagen also es ist nicht in dem sinn von schnuppern ich meine ich werde dafür bezahlt ich durfte ein bisschen aushelfen für für eine gewisse firma also als informatiker das ist jetzt nicht so eine riesige firma wo irgendwie computer herstellen tut aber ich konnte ihn einfach so ein bisschen unter die werte unter die arme greifen und deswegen muss ich ein paar oder was heißt musste ich durfte ich ein paar tage dort arbeiten und so als informatiker und das war einfach lustig und ich musste da auch immer so zwischen halb sieben und sechs uhr aufstehen und deshalb hatte ich einfach gar keine zeit wenn ich dann abends nach hause gekommen bin habe ich höchstens noch irgendwie ein bisschen so youtube geguckt aber so gezockt oder so er habe ich ihn fast gar nicht gemacht so vielleicht ein bisschen aber nicht so richtig aber jetzt bin ich ja wieder bei geback und jetzt gibt es erst mal ein neues video mal gucken wie viel da ich werde ist zwar nur ein wort worden aber trotzdem zwei runden habe ich jetzt eingestellt genau ich finde das rennen verlost ich weiß weil die abwechslung ist wenn ich so wenn ich so geht ja fünf rennen meistens machen da mache ich sehr oft so rennen mit riesigen rampen oder riesigen world rat aber hier mal einfach so mit so ja die sind auch ziemlich groß die rampen aber keine ahnung ist niemals so groß also wie hast du das jetzt gerade geschafft schlimmer sich nein krass wieso der schildkröte oh mein gott fahren ständig ja weg erlebt nein 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 du denke du sohn eines mutierten du sohn eines mutierten mercedes alter du bist ein halb mensch halb auto du bist du bist transformers alter du bist schon vor mir sollte du bist schon vor mir sein sohn alter ach nö alter macht doch ich bin zu kurz vorm ziehen oder was dieser saftige ja okay du bist eh am anus der welt alter ach nice also so läuft die sache ganz genau so und nicht anders das ist mein erstes rennen seit wahrscheinlich einer oder eineinhalb wochen oder so ich gewinne bittsch ich gewinne bittsch haha haha oh shit haha 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 ok sooo nice leute erster platz drei minuten 17 600 die amerikaner sagen sehr gerne das rum oder die großbritannia sie sagen zum beispiel 929 und wir sagen 929 ich hoffe natürlich sehr dass sich das gefallen hat wenn es sich gefallen hat dürfte gerne ein like ein kommentar da lassen für den fall dass ihr neu seid könnt ihr gerne ein abo da lassen haut rein und bis drauf